um mal wieder die scripting fehler in der logik der ki zu erwähnen die dafür sorgen dass die in den missionen gerne mal nicht viel tut und auch nur in eine richtung von einer richtung aus angreifen kann ja das können wir gleich beheben erst mal reparieren wir alles das wollte ich jetzt nicht naja ich dachte das wäre variieren aber das war verbessern jetzt kann ich bessere gebäude bauen ich hole mal ein paar einheiten aus der einheitenliste damit da wieder platz wird ist da oben noch der wurm oder hat er sich inzwischen an den atriidas satt gefressen ich hoffe letzteres blau schmeckt besser als grün kann ich bestätigen dass jemand der regelmäßig giftige farbe trinkt lecker bleifarbe die blaue schmeckt einfach besser als die grüne kannst du sagen was du willst ist halt einfach so so um sicher zu gehen dass da hinten wirklich keine bauanlage ist für die panzer mal nach hinten sind wir alle zwei nach rechts sammler der nicht sammelt bauanlage ich muss auf jeden fall erst nach links wie es aussieht ich muss auf jeden fall erst nach links wie es aussieht wir haben zwei bauanlagen wir haben zwei bauanlagen korrigiere sie haben eine bauanlage wir haben noch eine bauanlage das ging manchmal machen sie einfach gar nichts und anders mal reparieren sie ohne gnade so greift die mich jetzt an nein was habe ich gemacht dass die KI gerade so hart aussetzt ich finde das jetzt nicht schlimm aber ganz so inaktiv sollte sie nicht sein wir müssen links angreifen weil der neue bauzentrum steht jetzt weit ist ob wir nicht vom wurm fressen lassen in ordnung jawohl in ordnung jawohl in ordnung jawohl feindliche einheit nährt sich ah in ordnung ja eh meine lüge sagen sie ne oh doch nähern sich mal wieder Einheiten warum hat die KI gerade so harten Aussätze greift ihr mal verteiligt ihr mal danke ist doch wirklich Bock hat die KI gerade überhaupt nicht was ist denn da los habe ich das Spiel kaputt gemacht das wollte ich doch gar nicht ne ist ne Lüge ich wollte es schon kaputt machen aber unerwartet so bringen wir euch erstmal vor potenziellen Würmern in Sicherheit sind hier keine Insektenfresser sondern hier ist ein Kampfpanzer könnt ihr auch bauen die auch neue Bauanlagen ich weiß gar nicht kann mich jetzt nicht erinnern dass wir das schon mal gemacht hätten jawohl 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 Das war nicht der Turm, aber auch gut. Und dann noch das da weg und dann ist es auch schon durch hier. Nicht ganz durch, aber warum macht die KI denn gerade gar nichts? Greift nicht an, baut nicht mal richtig Einheiten. Sie hat einfach so gar keinen Bock gerade. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Oh, die KI ist aufgewacht, sie hat Einheiten gebaut. Gut, die baut jetzt gleich keine Einheiten mehr, weil ich ja Baueinheiten, die Bauanlagen zerstöre, aber sie ist aufgewacht. Muss es ja mal, hey. Ich weiß auch nicht, was das auch nicht mehr ist. Ich habe jetzt mit der Grafik so ein bisschen. Ich kann diese Tür mir noch zerstören. Einfach ungeordneter losfahren zu lassen, war ich nicht so klug. Aber haut hin. Einfach mit Gewalt da jetzt durch. Wie tut sie da jetzt eh nicht mehr. Aber es ist egal, zahlbar repariere ich nochmal. Alles. Alles reparieren, bitte. Bitte wegmachen, danke. Ich bin zu dumm rumgefahren. Ich habe zu dumm rumgeeiert, jetzt kriege ich ihn nicht mehr platt. Scheiße, Rauch. Passiert halt, wenn man es nicht richtig macht. Wenn man zu faul ist. Ja, der Problem nicht. Nehmen wir halt dann die nächste Menge an Einheiten. Wenn wir hier links bei euch nicht so viele Einheiten mehr festgestellt haben. Jetzt kommen wir erst bei der Belagungspanzer. Ja, das ist schön. Da habe ich noch eine feindliche Einheit weniger auf dem Weg. Das ist ja alles richtig schön. Richtig schön ist das doch. Das funktioniert. It just works. Äh, mein das. Ne, Fallout funktioniert nicht so gut. Das sind die mal alle da, Wald. Mach dir den jetzt mal alle weg. Wir brauchen die alle so eine halbe Stunde, bis sie sich drehen. Gib mir doch einen zeitlichen. Bin wir noch gar nicht weg, als die angefangen haben. Naja. Ich will mich nicht beschweren. Doch will ich. Ich finde immer was, um mich zu beschweren. Glaubst du aber. Das kannst du mir nur glauben. Zum Beispiel, dass der Soundschule viel zu laut ist. Jawohl. 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 Oh, einfach plattgeweizt. Ende Gelände. Keine Diskussion. Ach nein. Rechtsklick ist immer noch nicht abbrechen. Da oben steht ja noch was. Wo stehst du da noch? Können wir ändern. So, da drüben. Oh, sie haben angefangen wieder zu sammeln. Wir kommen von oben, machen den Turm platt. Raketen-Turm platt. Doch, eher von unten. Da stehen die ganzen, naja, ganzen Fabriken. Da steht auch nicht mehr so viel, aber... Mach doch alle mal so ein bisschen. Hat sie erledigt. Hat sich doch schon wieder erledigt. So, ich habe wieder Geld. So, kommen in der nächsten Mission schon auch die Top-Down? Weiß ich gar nicht. Muss erstmal neue Einheiten bauen. Nicht, dass die KI plötzlich noch durchbricht. Als ob. Als ob das noch passieren würde. Als ob das noch passieren würde. So ziehen wir euch erstmal über den Sand. Auf eine sichere Position. Von da aus kann ich dann überlegen, wo ich euch hinschicke. In Ordnung. Jawohl. Feindliche Einheit nähert sich. Hä? Ne, ne. Das ist meine eigene Panzer, die sich jetzt nähern. Pass doch mal ein bisschen aufspielen. Ich bin doch jetzt grün. So wirklich. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Ja, geil. Für den Fall, dass ich doch noch verliere. So von links kann jetzt gar nichts mehr kommen. Warum, warum möchte ich da links noch Panzer stehen? Das ist albern. Ne. Bewegen bitte. Bewegen. Rechtsdruck ist real. In Ordnung. Ich kämpfe die Wüste. Oh Gott. Der Flachwitz hat sich eingeloggt. Fahre mal einfach frontal rechts rein. Ja. Einfach frontal reinfahren. Wie damals im Kindergarten. Ja, was? Er konnte mir nie irgendwas nachweisen. Wo hört denn hier die Steinplattform aus? Aus. Wo hört sie denn aus? Ah. Warum steht ihr dumm rum? Ich frage mich echt, warum die KI mich hier nicht angegriffen hat. Ich meine... Die hatte hier praktisch gar nichts gemacht. Was will er denn mit seinem kleinen Panzer jetzt hier? Was soll denn das jetzt noch tun? Er gibt doch doch einfach. Ihr könnt eh nichts mehr machen. Turm angreifen. Ach, das macht dann wahnsinnig. Diese einzelnen Angriffsbefehle. Nee. Hier nähert sich nicht mehr viel. Nehmen wir mal das noch weg. Und dann den Turm. Und dann sind wir gleich durch. Ob wir nicht. Da unten war der Turm. Aber... Was drückt mich der Turm da oben? Äh, da unten. Hier. Das muss noch weg. Das war das wichtige Zeug. Das war das wichtige Zeug. Alles, was Einheiten baut. Jetzt sind sie sowas von viel zu laut alles. Perfekt abgemischt. Perfekt. Oh. Jetzt fahren wir mal einen Meter zurück. Mit durch den Turm. Dann heißt das vielleicht der nächste Turm. Da war der nächste Turm. Ich muss sagen, die KI hat mit der Mission halt wirklich gar keine Aktivität gezeigt. Erntemaschine. Ach, wir haben geerntet. Jetzt habe ich Lust, da die Wille zu spielen. Und da zu einten. Ich kriege schon eine 40k-Mod. Seelen mit Blut für den Blutgott enden kann. Jawohl. 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 Ich will nicht irgendwie mal auf mich schießen oder so? Ach, machen wir das sogar. Irgendwann mal. Jawohl. Jawohl. Erstmal so drüber nachdenken. Soll ich wirklich schießen? Jawohl. 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 War nicht doch einer? Da ist noch einer. Da stehst du denn immer noch da oben. Hör doch mal auf da oben zu stehen. Dann stelle ich mal. Sag mal, die Tüme muss man auch nicht zerstören. Hier dann. Gut gemacht. Ja, ich bin ziemlich toll. Dein Erfolg im Militärischen Netzzug hat meine Atmosphäre geschaffen, die so einen besonderen Handelswerdigkeit zugutekommen wird. Weiter so. Flüchtlinge. Kann man gut Geld mitverdienen. So. Chats sind wieder alle gegangen. Ich gehe auch immer, wenn ich meinen Chats sehe. Äh. Wenn ich mein Display sehe. Ich habe hier auch nur ein Band laufen. Das dann einfach permanent im Kreis läuft. So eine Art Schaltplatte. So eine Art Schaltplatte. Äh. Das war schon mit so einem 6. Wow. Okay. Okay. Oh. Das haben fast alle Attributes vernichtet. Ja. Nächstes Gebiet. Ja. Nimm mal das hier. Ich gehe unter Kreuznachkonen-Truppen alle unsere Pläne. Nee. Sie müssen aus dem Weg geschafft werden. Ich bin nicht Ihre geliebten Troopers und sie werden heute zu Ihren hässlichen Müttern zurücklaufen. Ja. Okay. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Kommen hier schon irgendwie Top-Tonen oder das ist die nächste Mission? Jawohl. In Ordnung. Jawohl. 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 Jawohl.